hallo zusammen herzlich willkommen zu einem weiteren video thematisch heute noch mal 12.900 k beziehungsweise generell die zwölfte intel generation wir reden so ein bisschen über das thema overclocking und generell noch mal so ein bisschen den grundaufbau der z96 plattform beziehungsweise neue sockel lga 1700 plattform da hat sich ja einiges getan gegenüber dem vorgänger gegenüber dem 11.900 k vieles hat sich auch nicht so verändert das overclocking ist tendenziell sehr ähnlich also wenn 11.900 k schon mal verwendet hat der wird sich beim 12.900 k sehr sehr schnell zurechtfinden trotzdem gibt es ein paar änderungen und ich habe zumindest mal aus den kommentaren ausgelesen dass das einigen noch nicht so ganz klar ist und deswegen behandeln wir das jetzt noch mal komplett das ganze machen wir heute mit dem msi mac z96 unify x das ist quasi das overclocking board von msi was mir daran sehr gut gefällt muss ich direkt mal sagen da ist so gut wie gar kein rgb drauf wenn wir jetzt solche sticks noch verwenden würden wie die vengeance low profile riegel heißen die eigentlich so auf jeden fall die vengeance nicht dominator riegel die haben wir nicht mehr rgb dann kann man daraus echt ein richtig schönes non rgb set up bauen was komplett auf performance getrimmt ist leider sind die riegel hier nicht meine schnellsten deswegen muss ich die mit rgb nehmen das sind nämlich die dominator platinum first edition ddr5 das sind 5200 c36 sind die schnellsten sticks die ich gerade habe die sind da drauf natürlich ein 12.900 k retail cpu nichts besonderes also ist eine 08 15 cpu auch nichts vorgetestetes damit ihr das auch so gut wie möglich zu hause reproduzieren könnt wenn ihr das wollt kühlungstechnisch verwenden wir eine msi core liquid 360er aio das ist auch so dass was ich euch eigentlich mindestens empfehlen würde tatsächlich für den 12.900 k wenn ihr da richtig was übertakten wollt grundsätzlich gerade wenn man die cpu nur zum gaming benutzt ist es eigentlich kein großes problem da auch nur sage ich mal mittelgroß dimensionierten luftkühler zu verwenden das ist eigentlich kein problem weil ganz oft wird davon gesprochen dass die cpu ihre 230 240 watt leistungsaufnahme hat aber das hat die cpu ja eigentlich auch nur wenn man die gewollt so komplett auslastet sei das dann prime 95 speziale stabilitätstests cinebench oder sowas nur in diesen fällen ist es so ansonsten im gaming betrieb liegen wir typischerweise eher so um die 120 bis 140 watt und das kriegen auch gute luftkühler durchaus sehr sehr gut weggekühlt wenn ihr übertakten wollt wie gesagt minimum eigentlich 360er aio weil ansonsten kommt ihr eben sehr sehr schnell an das limit wo wir vorher schon sind also grundsätzlich die cpu von haus aus takten schon sehr hoch und wenn man jetzt nicht gerade eine gute kühlung hat dann ist man sowieso schon einfach nur durch temperaturen durch leistungsaufnahme und sowas am limit deswegen schaut dass ihr minimum 360er aio habt oder vielleicht im idealfall sogar custom wasserkühlung das unify x ist ein one dim per channel board das bedeutet wir haben insgesamt maximal zwei ram sticks die wir verwenden können früher war das immer ein sehr großer kritikpunkt gerade noch zu ddr3 zeiten mittlerweile mit ddr5 eigentlich gar kein problem weil wir fallen wenn wir jetzt noch ein bisschen abwarten ein paar monate und die verfügbarkeit besser werden wird dann werden wir problemlos auch 128 gigabyte desktop ram bekommen mit zwei sticks ist meistens nicht mehr sinnvoll nicht notwendig 32 gigabyte reicht normalerweise für alles gerade im gaming bereich und 64 gigabyte im creator bereich und es geht mit zwei sticks absolut und ansonsten hat das wort 19 plus zwei phasen gute kühlung wir können uns nachher unter das dann noch die spannungswandel temperatur anschauen aber es auf jeden fall sehr solides bord für alles was ihr damit ich sag mal im alltagsbetrieb alltags overclocking so anstellen wollt wir starten jetzt mal ganz kurz mit dem aufbau des spannungslayouts das ist für den 12.900k definitiv speziell ich weiß nicht ob es sowas bei einer anderen cpu im voraus schon mal gab ich glaube nicht deswegen jetzt auf dem bild was ihr sehen könnt seht ihr eben links schematisch einfach nur dargestellt das mainboard mit den spannungswandern als den vms und rechts da unser blauer block das soll die cpu sein und als erstes die hauptspannungen die wir betrachten es gibt natürlich noch viel viel weitere spannungen ich muss auch direkt dazu sagen dass was wir heute machen ist so einfach gehalten wie möglich denn der 12.900k ist tendenziell eine cpu die ultra viele overclocking optionen bietet so viel fine tuning möglichkeiten wo ich aber ganz klar sagen muss dass 99,99999% der leute dies niemals brauchen werden das sind einfach nur sachen die selbst im extreme overclocking bereich nur in ganz seltenen fällen bei manchen benchmark was bringen aber für alles was ihr 24 7 machen wollt einfach nicht nicht relevant ist und ich habe alle sachen die ich für größtenteils irrelevant halte einfach raus gelassen weil das ansonsten extrem umfangreich und komplex wird die erste spannung die wir uns anschauen ist die gute alte kernspannung v core v core core voltage so kann man die bezeichnen die offizielle bezeichnung sollte wie sie cia sein also die spannung intel architecture heißt die und die liegt typischerweise irgendwo zwischen 1,05 und 1,4 volt je nachdem wie die cpu gerade ausgelastet ist und die befeuert die p-cores die e-cores und den ring also p-cores kennt ihr die großen kerne der cpu e-cores die kleinen kerne der cpu das sollte mittlerweile eigentlich jedem klar sein und der ring ist letztendlich das teil der bus der alle teile miteinander verbindet mit dem cash und so weiter wird auch oft einfach nur als cash bezeichnet auch vom mainboard bios abhängig sieht man dann auch oft als cash voltage zum beispiel und dann gibt es noch was relativ spezielles und zwar gibt es noch eine zweite haupteingangsspannung vom board zur cpu und diese ist eine input spannung das kennen viele vom x299 sockel zum beispiel oder von älteren cpu die sogenannte fiver verwenden also fivr fully integrated voltage regulators bedeutet nichts anderes als dass die spannungswandler die auf dem mainboard sitzen in die cpu wandern und das mainboard die spannung nicht mehr komplett selber steuert sondern die cpu das intern macht und diese integrierte spannungswandlung das hatte man früher zum beispiel 4790k gab es das oder bei den ganzen x299 cpus und beim 12900k ist es interessanterweise so dass es das auch gibt aber dieser fully integrated voltage regulator eben nur für ein paar nebenspannungen da ist wie zum beispiel den system agent ist relevant für dinge die mit dem ram zu tun haben das bedeutet zum beispiel extrem hohe ram taktraten die brauchen eine höhere system agent spannung gleiches gilt für den memory controller an sich und auch der level 2 cache von den e-cores bekommt die spannung durch den fully integrated voltage regulator da gibt es jetzt glaube ich noch sechs oder sieben weitere spannungen die da gemacht werden aber die sind alle komplett irrelevant die bringen alle nichts die zu verändern das habe ich alles schon getestet deswegen habe ich die pauschal mal weggelassen da wir jetzt wissen wie die cpu mit spannung versorgt wird schauen wir uns jetzt an wie der takt beim 12900k beziehungsweise bei der 12. generation intel cpus erzeugt wird wir gehen jetzt einfach mal von dem einfachsten fall aus dass wir einen externen taktgeber haben der einen takt zur cpu führt das ist nicht immer der fall aber bei allen overclocking boards wird es so sein deswegen vereinfacht wir sehen links den external clock generator und der liefert eben den bclk den base clock von 100 megahertz an die cpu rechts und in der cpu selbst haben wir dann die unterschiedlichen multiplikatoren die dann die taktraten unabhängig voneinander zumindest mal teilweise unabhängig voneinander erzeugen können und zwar den p-core takt den e-core takt und den ring takt beziehungsweise den cache takt das bedeutet nichts anderes die meister von euch kennt das ihr habt ein base clock von 100 megahertz und sagt okay ich will multi von 50 dann haben wir einen p-core takt von 5 gigahertz gleiches gilt dann für die e-cores die aber weniger takt können was da zu erwarten ist dazu kommen wir auch noch und gleiches gilt natürlich auch für den cache auf die gleiche art und weise wird auch der ram takt erzeugt aber mit unterschiedlichen multiplikatoren das sehen wir hier von 8 bis 63 ist er verfügbar dadurch entsteht der ram controller takt und hier gibt es auch eine neuheit denn der 12.900k hat zwei ram controller was euch aber nicht weiter interessieren oder stören sollte und abhängig von diesem ram controller takt haben wir dann wieder multiplikatoren und daraus entsteht dann letztendlich der arbeitsspeichertakt das schöne ist auch wenn das jetzt vielleicht alles ein bisschen komplex aussah also das ist für die die es wirklich ausführlich haben wollen das schöne ist wir schauen uns das in gleichem bei aus an gerade was zum beispiel den ram betrifft das funktioniert ja glücklicherweise heutzutage alles automatisch wir stellen einfach den ram takt ein den wir haben wollen und es funktioniert das machen wir dann gleich im bios wir sind jetzt im bios vom unify export und das erste was wir machen erstmal natürlich ein bios update das habe ich schon gemacht das neueste bios findet ihr immer auf der msi homepage logischerweise bzw wenn ihr einen anderen mainboard hersteller habt dann bei eurem entsprechenden mainboard hersteller auf der website über f7 kommen wir in das erweiterte menü da gehen wir erstmal hin und dann gehen wir zu oc und hier nehmen wir jetzt alle einstellungen vor die wir machen wollen um unsere cpu hier beispielhaft auf 5,1 ghz auf allen kernen zu übertakten wir gehen hier auf all core und geben 5,1 ein das ist dann unser takt unserem multiplikator für die p-cores gleiches machen wir bei den e-cores die können ein bisschen weniger typischerweise hier gehen wir erstmal von 40 aus hier unten haben wir die afx steuerungen wir machen afx an dass man afx verwenden kann wenn man das möchte es gibt mittlerweile ein paar games die afx 1 und 2 verwenden stellen allerdings die ratio auf 0 das heißt die cpu soll sich nicht runter takten wenn afx verwendet wird weil wir gehen davon aus wir haben jetzt keine professionelle anwendung die afx verwendet und extrem krass die cpu belastet sondern eben nur so ein bisschen über games und dann ist das kein problem ring ratio die stellen wir auf 39 zum start also ring beziehungsweise cash dann gehen wir weiter runter und aktivieren natürlich unser xmp profil damit ist der ram komplett fertig eingestellt alles was ich vorhin erklärt habe könnt ihr euch damit sparen das sind alles dinge die da am ende hinterlegt sind hier bei dem referenztakt zum beispiel oder bei dem gear 2 gear 4 was man hier alles einstellen kann das müsst ihr alles gar nicht machen das könnt ihr komplett so lassen wenn ihr den ram übertakten wollen würdet später kann man natürlich auch machen dann würde man hier den ram takt verstellen wir können manuell fixieren auf 5200 das ist auch das gleiche was hier unten schon drunter steht über das xmp und wenn ihr den ram übertakten wollen würdet dann wäre das einfachste hier einfach hoch zu gehen und dann später zum beispiel 5400 auszuprobieren das machen wir jetzt aber nicht nur so mal kurz noch als tipp zwischendurch wir müssen noch die loadline calibration einstellen das machen wir unter dem digital power menü die loadline calibration ist dafür verantwortlich dass die cpu sich entsprechend verhält wenn die spannung angefordert wird unter last wenn wir mode 4 einstellen wir sehen das hier rechts auf der seite dann fällt die spannung minimal ab unter last nicht zu krass das wollen wir nicht also zum beispiel bei mode 8 da ist dann die spannung unter last sehr niedrig was tendenziell für die cpu lebensdauer zwar besser ist aber eben für unsere overclocking nicht und mode 4 ist bei msi zumindest mal guter mittelweg cpu core voltage stellen wir auf override mode und stellen hier 1,30 volt ein und den rest müssen wir bei dieser cpu im alltagsoverclocking tatsächlich nicht mal anfassen wenn ihr fein tuning machen wollt später könnt ihr das tun indem ihr dann zum beispiel die e core l2 voltage erhöht falls ihr dann die e core krass takten wollt ich kann aber auch sagen aus meiner eigenen erfahrung hat es bisher nichts gebracht das zu verstellen die e cores haben sich dadurch nicht signifikant höher takten lassen was allerdings natürlich wichtig ist cpu input spannung die steht hier auf 1,8 ich empfehle euch die auf 1,9 zu stellen weil wenn die zu stark abfällt oder last dann ist das für die stabilität manchmal ein bisschen schlecht und hier haben wir noch die DRAM spannung die müsst ihr aber nicht anheben weil die wird über euer xmp profil angepasst das können wir uns auch anschauen das links ist ja die aktuell anliegende spannung was für 1,1 volt ddr5 passt und wenn wir jetzt übernehmen mit f10 und gehen wieder rein dann schauen wir uns mal an wie wie sich die DRAM spannung verändert hat und da sind wir wieder im BIOS und jetzt seht ihr hat sich nämlich die RAM spannung auf 1,25 und 1,8 volt verändert das könnt ihr jetzt manuell setzen ist aber nicht unbedingt pflicht wenn ihr das nicht wollt wenn ihr später euren RAM dann übertakten wollt zum beispiel von 5200 auf 5400 mhz dann setzt ihr das hier auf 1,35 wir lassen es aber erstmal so das sollte für das was wir machen wollen ausreichen eine sache möchte ich noch kurz erwähnen und zwar ist das wenn wir in das erweiterte cpu menü gehen genau advanced cpu configuration hier gibt es noch diverse weitere optionen zum beispiel könnt ihr hier die e-cores abschalten wenn ihr wollt ihr könnt die p-cores abschalten wenn ihr wollt ihr könnt hyperthreading bei den p-cores pro kern abschalten und extrem viele weitere spielereien die verstecken sich hier aber wie gesagt aus meiner erfahrung sind die für das alltags overclocking einfach nicht relevant deswegen habe ich das komplett weggelassen was tatsächlich relevant sein könnte für euch je nachdem was ihr probieren wollt sind natürlich die power limits beim 12900k sind die standardmäßig einfach auf das absolute maximum gesetzt früher wenn wir manuelle overclocking tutorials gemacht haben haben wir das auch immer genau auf diese werte gesetzt also 4000 watt hier 56 sekunden hier und so weiter wenn ihr aber zum beispiel einen sehr sehr schwachen luft kühler habt oder sowas und sagt ey meine cpu wird mir einfach zu warm dann könnt ihr hier beim long duration power limit auch ganz elegant einfach sagen okay ich limitiere meine cpu auf 180 watt dann kann die sich nicht mehr als 180 watt gönnen und bleibt kühler taktet natürlich auch ein bisschen runter mit einem manuellen overclocking beißt sich das logischerweise das müsstet ihr dann rausnehmen da könntet ihr alles auf auto lassen und dann einfach hier zum beispiel 180 eintragen oder 150 je nachdem was ihr machen wollt also da könnt ihr ein bisschen rum spielen für das was wir jetzt machen lassen wir das aber alles komplett auf auto beziehungsweise wir können natürlich auch einfach die werte die hier stehen das kann man sogar noch höher setzen tatsächlich spielt aber keine rolle weil long und short duration auch das gleiche sind also diese zahl hier gibt an die 56 sekunden beziehungsweise 128 sekunden wie lange die cpu auf diesen wert boosten kann und danach fällt es runter auf diesen wert beziehungsweise nicht umgekehrt es boostet auf diesen wert und fällt dann runter auf diesen wert genau aber da das beide das gleiche ist spielt das keine rolle und hier 512 und dann habt ihr alle power limits komplett deaktiviert und die cpu zieht sich einfach richtig hart viel leistung jetzt übernehmen wir das und gehen ins windows im windows sind die wichtigsten tools cpu z hardware info und für unseren ersten test einfach mal cinebench r20 nicht 23 weil einfach 20 schneller geht ist der einzige grund dafür erstmal wenn wir rechts der maustaste reinklicken in cpu z dann sehen wir unsere p-cores oben mit 5,1 die e-cores mit 4 gigahertz so wie es sein soll beim ram sehen wir dann 2600 megahertz was eben den 5200 mega transfers per second entspricht das was ihr hier als encore frequency lesen könnt das ist letztendlich euer ringtakt und hier seht ihr auch den memory controller takt und der ist eben die hälfte von unserem ram takt das ist das was ich euch vorhin bei der übersicht einmal gezeigt habe nachdem wir jetzt gecheckt haben dass alles soweit passt beziehungsweise wir können natürlich auch in hardware info erstmal was richtig einstellen ich lasse es schon mal r20 laufen jetzt nicht so wild schaut bei hardware info dass ihr hier immer die polling period auf 500 millisekunden stellt und dann set drückt also alle halbe sekunde wird quasi hier gemessen was denn so abgeht weil ansonsten steht es immer auf alle zwei sekunden das finde ich immer so ein bisschen lahm das habe ich jetzt schon umgestellt und wir sehen jetzt mit dem setting was wir gemacht haben wenn wir noch ein bisschen runter scrollen dann sehen wir die cpu zieht ihr ihre 250 watt wir haben knapp unter 11.000 punkte 11.000 punkte wäre für das manuelle overclocking für 12900k so ziemlich das ziel was man erreichen wollen würde würde ich mal sagen und wir lassen es noch mal kurz laufen aber ihr seht schon temperatur technisch mit der 360er IO sind wir schon in einem echt toasty bereich ihr seht jetzt hier nach dem zweiten run wird es natürlich noch ein bisschen wärmer weil das wasser dann tendenziell in der IO auch ein bisschen wärmer wird ja 96 grad celsius also hier haben wir tatsächlich nicht mehr spielraum als das was wir jetzt gerade schon eingestellt haben aber soweit ist alles richtig nichts taktet runter das ist auch ganz wichtig dass wir das unter der last hier prüfen und das ist schon mal eine sehr sehr gute ausgangssituation eine sache auf die ihr auch achten solltet wenn ihr mit dem 12.900k testet ist ob eure p und e course immer entsprechend ausgelastet werden wie ihr das auch haben wollt denn cinemage a20 klar da wollen wir die maximale leistung haben da sind die p und e course immer zu 100 prozent ausgelastet und so soll das auch sein interessant wird es nämlich wenn man jetzt denkt okay ich mache den typischen stabilitätstest mit prime 590 könnt ihr auch unterschiedliche versionen probieren aber wenn wir das öffnen dann sehen wir schon mal hier steht number of torture test threats to run also wie viele test threats die cpus verwendet wird 16 die cpu hat aber 24 wir können das hier aber nicht auf 24 stellen weil wenn ihr 24 einstellt dann sagt er dir stell das mal zwischen 1 und 16 und wir lassen es einfach mal blend als konfiguration ist auch vollkommen egal upsie so 16 ok und was jetzt nämlich passiert mit prime 590 ist relativ interessant die e course beziehungsweise der threat scheduler von windows und von der cpu die nehmen an dass prime 590 was ist was eigentlich eher im hintergrund laufen sollte die nehmen jetzt einfach an dass es ein programm ist was im hintergrund irgendwie was machen sollte und kein game ist oder so was und dementsprechend wird es hier mit der priorität auf die e course geschoben ist tatsächlich ganz interessant ist an sich jetzt eigentlich kein problem ist nur aber so dass wir damit eben natürlich die stabilität der e course wunderschön testen können aber die p course immer bei einer deutlich niedrigen temperatur und taktraten rum dümpeln beziehungsweise auslastung also sie sind ja hier zwischen 60 und 70 grad celsius deswegen eignet sich prime 590 aus meiner erfahrung nicht um den 12900k vernünftig zu testen zumindest mal nicht ohne umwege aus diesem grund würde ich euch tatsächlich intel x tu zum stabilitätstesten empfehlen das ist sehr interessant für diese cpu bietet auch viele verschiedene optionen wir können auch mit avx testen oder ohne wenn wir wollen wir machen den cpu stress test mal kurz an einfach mal für eine minute und schauen uns an was denn so bei der cpu passiert am wichtigsten ist immer ihr schaut mal auf die cpu package power also auf die leistungsaufnahme der cpu und wenn wir noch im kopf haben beziehungsweise wir sehen sie noch rechts das war von cinebench cinebench war also irgendwo so um die 250 bis 260 watt für die cpu insgesamt und jetzt haben wir im x tu stabilitätstest aber nur 200 watt was letztendlich bedeutet dass die cpu um einiges kühler läuft das ist zwar näher am gaming test beziehungsweise an der gaming last dran aber natürlich nicht an der maximal möglichen auslastung für die cpu wenn ihr die cpu maximal auslasten wollt dann könnt ihr das interessanterweise über den memory stress test tatsächlich machen den machen wir einfach mal an und wenn ihr den startet dann seht ihr direkt die cpu rastet komplett aus also das ist dann sehr ähnlich zum cinebench von der last her und jetzt kommen wir zu wieder zum guten alten thema nein nicht schick kraulen weil schick hat sich natürlich jetzt gerade wieder passend hier dazu gelegt weil gerade 19 uhr das ist eigentlich noch ein bisschen schick schlafenszeit deswegen sind wir ein bisschen müde das alte thema ist stabilität denn man kann keine stabilität nachweisen sondern nur instabilität das ist so eine grundregel auch wenn es so ein richtig dämlicher spruch ist aber so ist es einfach denn ihr müsst euch jetzt überlegen was wollt ihr mit diesem system machen es gibt viele die sagen ich teste aus welchen gründen auch immer das lasse ich jedem offen das system auf die maximale auslastung und dann die maximale stabilität das heißt die verwenden dann zum beispiel eben den memory test von xtu mit der maximalen auslastung und lassen das ganze 48 stunden laufen das kann man machen wenn man will aber ich sag mal so wenn ihr damit zocken wollt dann entgeht euch der leistung und die cpu läuft nie in dem szenario wofür es getestet habt da werdet ihr mit dem ersten test der circa 10 20 prozent weniger last hat besser bedient und auch der ist eigentlich für gaming noch zu krass denn dieses setup so wie es jetzt gesehen habt ist alltags stabil in jeder situation mit 5,1 gigahertz könnt ihr 300 mal cinebench laufen lassen und das ist stabil aber im gaming betrieb kann ich das auch ganz einfach auf 5,2 stellen wenn ich weiß ich mache nichts anderes als damit zu zocken dann stelle ich das auf 5,2 und gebe gegebenenfalls ein bisschen mehr spannung wenn ich ein stabilitätsproblem bekomme das bedeutet man könnte von dieser situation ausgehend wenn das so alles funktioniert einfach ins bios wieder zurückgehen stelle das auf 5,2 und teste dann man zockt einfach man macht nichts anderes als zu zocken so könnte das dann nämlich im gaming szenario aussehen das heißt ich habe die cpu jetzt auf 5,3 gigahertz laufen 1,39 volt ist natürlich ein gutes stück mehr aber ihr seht die temperatur ist halt absolut im rahmen da sieht man dass so eine cpu wenn sie dann mal im gaming betrieb läuft temperatur technisch last technisch einfach ganz anders aussieht als das was wir im cinebench gesehen haben die läuft jetzt fröhlich mit den 5,3 gigahertz und ist temperatur technisch vielleicht im peak bei 50 grad celsius wenn ihr dann mal irgendwann ein bluescreen bekommt dann hebt ihr einfach die spannung ein bisschen an von 1,3 auf 1,33 zum beispiel 1,34 und behaltet einfach die temperaturen mit hardware info im auge das könnt ihr einfach im hintergrund weiterlaufen lassen das track das und ihr könnt einfach schauen was passiert denn da das wäre so meine empfehlung meine herangehensweise was ich für diese cpus empfehlen würde ich habe für euch noch mal kurz eine tabelle zusammengestellt da seht ihr so eine erwartungshaltung für verschiedene taktraten das was ihr hier seht bezieht sich jetzt eben auf die maximale auslastung das bedeutet dann der schlimmste anzunehmende fall ihr lasst den ganzen tag cinebench a20 laufen da seht ihr mit luftkühlung landet ihr irgendwo zwischen 4,9 und 5 gigahertz auf allen kernen mit einer 360er io bei 5 bis 5,1 und mit custom wasserkühlung könnt ihr bis zu 5,2 gigahertz erwarten je nach güte der cpu je nachdem wie gut eure cpu ist und dann entsprechend noch die anderen taktraten angegeben und auch die empfohlenen spannungen von mir für diese situationen jo und das war's dann tatsächlich auch schon zum übertakten von 12900k der 12900k bietet extremst viele optionen die ihr aber normalerweise nicht braucht sondern macht einfach das so simpel wie möglich benutzt einfach nur die kernspannung den rest werdet ihr normalerweise nicht brauchen das macht es einfach nur viel komplexer als ihr euch das wahrscheinlich vorstellt weil wenn man das so simpel macht dann geht es relativ fix relativ einfach und mit den anderen optionen könnt ihr in der praxis meistens nicht mehr rausholen jo alles klar dann sind wir eigentlich schon durch mit dem 12900k overclocking basic overclocking wir werden demnächst noch eine andere variante mal machen die nur noch ein bisschen fortgeschrittener ist da lege ich dann das hier als basis zugrunde und denke mal das machen wir so in zwei drei wochen alles klar falls ihr fragen dazu habt gerne unten rein dann behandeln wir das vielleicht im follow up video bis dann